Bist du auf der Suche nach einem 75 Zoll großen QLED Fernseher, den ihr unter 2000 Euro kaufen könnt, am besten so um die 1500, 1600 Euro rum? Dann bist du hier genau richtig, denn genau darum geht es in diesem Video und wir wollen auch keine Zeit verlieren, deswegen legen wir direkt los. So, es gibt eine Menge QLED Fernseher mittlerweile auf dem Markt, aber der uns am meisten überzeugen konnte, gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis, ist der Samsung Q70B. Denn der hat auf jeden Fall alle Boxen, die wirklich wichtig sind und essentiell sind, abgedeckt. Da werden wir uns auch mal einzeln die Sachen angucken und das Wichtigste, er ist nicht allzu teuer im direkten Vergleich mit einem Modell, relativ günstig sogar. Aber Schritt für Schritt schauen wir uns erst einmal die Besonderheiten an. Selbstverständlich 75 Zoll groß, das haben wir ja am Anfang festgelegt, das bedeutet in der Bildschirmdiagonale haben wir 189 cm. Dann, wie soll es auch anders sein, eine Auflösung von 4K, sprich Ultra HD, es ist ein QLED Fernseher mit HDR10+. Und ganz wichtig, ich meine, jeder Fernseher, egal ob 300, 400 Euro Fernseher, hat mittlerweile HDR, aber der hat auch die Spitzenhelligkeit von ungefähr ca. 580, 600 Nits hat der. Es gibt Fernseher, die haben ein bisschen mehr, aber das ist schon so hell, dass man auch HDR mal wirklich HDR nennen kann. Die meisten Fernseher haben so um die 200, 300 Nits, das ist in Ordnung, wenn man normal Fernsehen guckt, aber wenn man richtig HDR darstellen möchte, reicht das nicht aus. Bei diesem Fernseher ist das anders, hier könnt ihr HDR richtig gut darstellen, dementsprechend sehen die Farben auch richtig, richtig gut gesättigt aus. Aber machen wir es kurz, es hat ein hervorragendes Bild, kann mit einigen QLED Fernsehern natürlich nicht mithalten, gerade wenn es darum geht, kontrastrichtig darzustellen. Da sind QLED Fernsehern natürlich mit ihrer theoretisch unendlichen Kontrastfähigkeit, weil sie halt die LEDs einzeln abschalten können und dementsprechend halt ein perfektes Schwarz darstellen können, einfach besser. Aber wir haben den Vorteil von QLED und zwar haben wir keinerlei Burning-Gefahr im Gegensatz zu QLED Fernsehern. Wenn auch letztlich nicht die Gefahr auf Burning, gerade wenn ihr halt ein Gamer seid, ist das sehr sehr wichtig, denn HUD-Anzeigen, also eure Munition-Anzeige oder die Minimap, die ist ja immer statisch an einer Position und da kann es ganz schnell mal passieren, nach einigen Jahren, ohne dass ihr es merkt, dass das Ding eingebrannt ist in den Fernseher, sieht einfach hässlich aus, stört nach einer Zeit. Apropos Gaming, das ist bei diesem Fernseher auch super möglich, denn ihr könnt ja natürlich auf 4K, sprich Ultra HD, 100 Hertz und einer Reaktionszeit von 6 bis 11 Millisekunden, da habe ich unterschiedliche Angaben gehört, zocken. Das ist natürlich super, super gut, aber ja, auch hier muss man ganz ehrlich sagen, es gibt Fernseher da draußen, die können 120 Hertz und nur eine Millisekunde. Das sind wieder die OLED-Fernseher, ich blende euch jetzt mal hier den LG OLED-CS ein, guckt euch den direkten Preis an, das sind einfach mal über 2500 Euro, die ihr dann zahlt und glaubt mir, dieser Fernseher ist weitaus günstiger als das. Aber das schauen wir uns gleich noch einmal an, wir machen das dann mal weiter und zwar mit AMD FreeSync Premium Pro, das hat nämlich dieser Fernseher und das bedeutet für euch, dass ihr kein Tearing mehr habt. Ich blende euch einfach mal ein Beispiel ein, dann seht ihr, was das genau ist. Nein, Gott! Nein, Gott, bitte, nein! Glaubt mir, das stört einfach mit der Zeit, gerade wenn ihr hohe Bildwiederholraten spielt, dann ist das sehr auffällig, wie ich finde und genau dieses Problem ist damit behoben. So, schön und gut, wir haben sehr viel über Videospiele gespielt, aber was ist denn, wenn ich hier zum Beispiel Filme gucke und die sind nicht 4K? Dann könnt ihr mit AI Upscaling einfach das Videomaterial hochskalieren, sodass es dann aussieht als VRS 4K. Natürlich ist es nicht so perfekt wie natives 4K, aber es sieht deutlich besser aus. Dann eine weitere Sache, die ich persönlich sehr zu schätzen gelernt habe und zwar iComfort Modus von Samsung. Und zwar könnt ihr einfach mit einem Knopfdruck den Blaufilter aktivieren und abends, das schont eure Augen so sehr, ihr werdet auch schneller müde. Ich merke das, ich habe das mittlerweile bei allen meinen Monitoren anabhängig in einer bestimmten Uhrzeit. Es ist so viel angenehmer, das ist eine Sache, die ich nicht mehr missen möchte. Dann noch ein paar Worte zum Ton. Dieser Ton ist ziemlich gut, ihr braucht nicht direkt eine Soundbar kaufen, weil er einfach so schrecklich ist. Ihr könnt es ohne die Soundbar benutzen, aber natürlich muss man auch hier ehrlich sein, wenn ihr jemand seid, der sehr viel Wert legt auf richtig guten Ton, dann kommt ihr leider nicht dran vorbei, euch eine Soundbar oder eine richtige Hi-Fi-Anlage zu besorgen. Aber wenn ihr sagt, das ist okay, solange es halbwegs in Ordnung ist und ich meine Filme gucken kann und meine Spiele spielen kann, dann glaubt mir, dafür ist dieser Ton super. Er wird auch laut genug. Bei einigen Fernsehern habe ich festgestellt, dass sie einfach immer sehr leise sind, obwohl man die sehr, sehr hoch regelt. Bei dem ist das zum Glück nicht der Fall. So, dann noch ein paar sonstige Features, wie zum Beispiel Smart TV, das ist von Tizen, ist vollkommen ausreichend, aber hier muss ich auch gestehen, mittlerweile ist Smart TV für mich keine wirklichen Pluspunkte mehr wert, denn nach ein paar Jahren werden immer alle laggen, die Apps werden nicht mehr verfügbar sein, beziehungsweise nicht kompatibel sein. Daher sage ich immer folgendes, kauft euch den Fernseher, benutzt das, hier ist auch Alexa und so weiter dabei, alle Apps sind am Anfang verfügbar, also ich möchte das nicht schlechtreden. Es ist vollkommen in Ordnung, aber nach ein paar Jahren, es ist immer mies. Da kauft ihr euch einfach einen Fire TV Stick im Angebot, das Problem ist gelöst, kostet ungefähr 30 Euro und ich denke, das sollte wirklich nicht wehtun. Daher ist Smart TV nicht wirklich der Rede wert. Was aber tatsächlich der Rede wert ist, ist die Ästhetik vom Fernseher. Das ist jetzt natürlich ein sehr subjektives Thema, aber schmaler Rahmen, sieht modern aus, sieht schick aus und gerade von der Seite sehr, sehr schmal. Das bedeutet, wenn ihr den an die Wand befestigt, dann sieht das auch super aus. Und deswegen habe ich natürlich auch eine kompatible Wandhalterung schon für euch rausgesucht. Die ist robust, ihr könnt sie neigen, ihr könnt sie schwenken und natürlich, ganz ganz wichtig, sie ist kompatibel mit der VESA-Norm, 400x400 in diesem Fall. So, ich blende euch nochmal ganz kurz jetzt die Anschlüsse ein, ich werde jetzt nicht einzeln auf die einzelnen Sachen hier eingehen. Allerdings möchte ich eine Sache erwähnen für die Gamer unter euch. Ihr habt hier natürlich 4x HDMI, einer davon ist HDMI 2.1, da schließt ihr euch beispielsweise eure Playstation 5 ein, damit ihr dann halt die 100Hz 4K Auflösung richtig darstellen könnt. So, und jetzt kommen wir zu dem einen Moment, auf den wir alle warten, wie viel kostet denn der Fernseher jetzt? 1599 Euro. Klingt erstmal nach einer Menge Geld, aber beachtet, das ist ein 75 Zoll großer Fernseher mit QLED-Technologie. Und hier nur zum Vergleich nochmal der LG OLED CS, der einen Ticken besser ist, ja das stimmt, aber der kostet einfach mal über 1200 Euro mehr und ist vergleichbar so groß wie dieser Fernseher hier. Daher erzählen wir nur mal unseren Fazit, ihr kriegt hier einen Fernseher mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis, einem hervorragenden Bild, guter Tonqualität, ist ideal fürs Heimkino, was ihr beispielsweise im Wohnzimmer aufbauen könnt. Und natürlich in Zukunft, wenn ihr nochmal eine Hi-Fi-Anlage und so aufbaut, dann könnt ihr das auch wirklich Heimkino nennen. Und für die unter euch, die halt Videospiele spielen wollen, ist dieser Fernseher auch super fürs Gaming, weil 4K, 100Hz sind hier möglich und das ist ziemlich gut, gerade mit dieser niedrigen Reaktionszeit von 6 bis 11 Millisekunden. Eine weitere Sache, die mir persönlich noch sehr wichtig ist, ist eine gute Gewährleistung. Ich habe darauf geachtet, dass dieser Fernseher Versand von Amazon ist. Das bedeutet, die ersten zwei Jahre habt ihr keinerlei Kopfschmerzen, ihr ruft einfach den Amazon-Kundenservice an, wenn irgendwas mit dem Fernseher sein sollte. Die lösen euer Problem, meistens sind die sehr kulant, geben euch einfach euer Geld zurück oder geben euch ein Ersatzprodukt. So zumindest meine Erfahrung in den letzten Jahren. So, bist du nun überzeugt? Dann scanne jetzt einfach den QR-Code, dann wirst du zum Fernseher weitergeleitet. Alternativ, einfach unten in den Kommentaren haben wir euch alle Produkte, die wir hier vorgestellt haben, verlinkt.